Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Homebrew Show. Heute schauen wir uns an die SP Settings Alternative NC Settings. Ist im Grunde nichts anderes als SP Settings, hat nur ein paar kleine Unterschiede. Gibt es so nebenbei gratis im Studio Store. Machen wir da mal zu und schauen uns das Ganze an. Das da oben ist SP Settings mit einem speziellen Theme und da unten haben wir das NC Settings. Und wie man sieht, im Grunde sind da die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Wenn wir da jetzt drauf gehen auf WLAN, sagen wir Wi-Fi aus, wieder drauf, geht es Wi-Fi ein. Lautstärke können wir da einstellen, wie man sieht, da kann man da gleich einen Regler. Wir können da, das ist Respring, da können wir die Helligkeit verstellen und so weiter. Das ist mobile Daten und so weiter. Und wie man sieht, man kann da auch nach rechts gehen und hat dann noch weitere Schaltfläche. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn wir da jetzt drauf drücken auf eines und oben bleiben, fangt das Ganze an sich zu bewegen und was heißt das, wenn es sich bewegt? Wir können es verschieben. Das heißt, ich könnte jetzt das Respring da nach rechts schieben, ganz nach außen. Wobei, Entschuldigung, ich muss mich da korrigieren, das ist die Ausrichtungssperre. Das da ist Respring. So, wenn wir das dann wieder rauf geben, wieder runter, dann wackelt es nicht mehr und wir haben wieder unsere ganz normalen Einstellungsmöglichkeiten. Man kann auch über die Einstellungen diese jeweiligen Toggles fix ausschalten, dass die gar nicht angezeigt werden und so weiter. Und ja, das ist eine kleine Erweiterung, ist ziemlich cool, wer von SB-Settings die Nase voll hat und mal was Neues versuchen will, kann sich das gerne da anschauen. Genau, es nimmt auch weniger Platz für das SB-Settings, ist dafür nicht thembar, wieder, wenn man da oben sieht, ist es ein spezieller Film. Dafür hat es von Hause aus eigentlich alle Funktionen, die man so braucht. Ja, das war es davon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.